Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Wir haben uns letztens erfolgreich bis zu diesem Freight Elevator, also bis zum Fahrstuhl gekämpft auf Deutsch. Den werden wir jetzt gleich betreten und werden sehen, was uns dann erwartet. Ich glaube ein Ladebildschirm. Ich bin gespannt. Ah, oder kein Ladebildschirm. Steht bestimmt gleich da. Ladedaten. Ich wusste, habe ich es nicht gesagt? Ladedaten? Jo, da oben sind wir dann im nächsten Abschnitt und ich bin gespannt, ob diese blöden Einsatztrupps uns immer noch einheizen. Unser Anzug hat ja nicht mehr sehr viel Schild, aber dafür haben wir 100 Life, was nicht schlecht ist. Wir müssen jetzt auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen und nicht mehr in der Rammutmanier vorstürmen, weil wir jetzt vor allem mit diesen Einsatztrupps, die gegen uns kämpfen, die können uns da ganz schön einheizen, wenn wir da nur vorstürmen. Oh, keine Granaten. Ich bin schon gespannt, wenn wir nicht unsere erste Granate haben. Ich kann die ja nicht raus, muss ich ganz ehrlich gerade sagen. Ich weiß, dass hier irgendwelche Leute nicht mehr haben. Alter. Boah, was war denn das? Verdammt. Huch. Schon wieder. Höh. Höh, was ist das? Da ist einer. Höh. Das krieg ich auch. Höh. Also. Fängt ja schon mal schön an. Müssen wir nachladen. Hoch. Ah, ja, 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 echt, tu viewing den左右. Cool. Nachladen. Reaktionszeit 0. Es ist schön, dass man hier auch an der Seite zack, sich aufladen kann. Hallo? Ist hier jemand? Schnell wie vor einer kommt. Ich höre einen Hubschrauber. Was sehr motivierend ist. Ich fürchte. War das vielleicht der Hubschrauber, der es hier kaputt geschossen hat? Gebiet gesichert. Ach du... Was? Was ist da gerade? Ist hinten auch noch einer? Tja... Schätzchen. Ist das hier einer oder was? Das ist scheinbar keiner. Sonst hätten sie sich längst auf uns geschossen. Gehen wir hinten um den Jeep rum. Sicher ist sicher. Was ist denn hier unten eigentlich? Ach nix. Das war ein... Das war ein... Befreundes... Boah... Oberkiste zu klopfen... Hier. Mann, Mann. Möchtest irgendwas dazu? Ist da... Zum Beispiel... Auflade Dinger für unser Schild. Das wäre nicht schlecht. Okay... Die Hubschrauber... Ich glaube das ist der nervige Hubschrauber... Toll... Ne... Nimm mal die. So treff ich die nicht. Boah! Huah... HALTE! Müssen wir hier runter. Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? Das Teil ist wirklich gefährlich. Ja... Ist ja wirklich gefährlich da draußen. Wie soll ich denn da... rauskommen, wenn dieses Teil da die ganze Zeit rumschwirrt? Ich muss ja... möchtest du? Möchtest du? Ach, kaum noch live. Wo waren wir noch mal rennen? Shift. Wir packen den Beschuss ab und... Hä? Wieso bret der eigentlich? Zerschießt der sich selber? Ach, verfolgte Scheiße, ja. Ich fürchte mehr an. Ich hoffe, das hat keinen Sinn, mit der 9mm gegen den Kampffili zu kämpfen. Scharfschützen wäre an der Stelle nicht schlecht. Jetzt haben wir dich. Na, wo bist du? Ich weiß doch, dass du dich hier irgendwo versteckst. Oder war das, mich beschießen zu können? Da. Hä? Kommt da immer wieder neue, bis wir hier rausrennen? Oh. Ach, toll dran, als ich schusse. Ach. So was tot. Mann. Verstecken. Verstecken. Der Kaktus. Der nützt des Lichts. Oh ja. Oh ja. Tod. Netter Pixelboden. Juhu. Wir sind gestorben. Ach ja. Das war eine sehr gute Aktion mit dem Wecken. Wir hätten uns auch vorher nicht so zusammenschießen lassen dürfen. Wir nehmen gleich mal hier die Pistole. Wir lassen nämlich kommen, dass wir gleich aus der Entfernung knieten können. Ja. 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 Die Pistole. Boah. Ich bin gerade auch konzentriert. Kann ich mir so nicht viel sagen. Boah. Jetzt bin ich zum Thema auch. Ja. Mann. Treff doch. Yeah. Kiste brennt. Boah. Boah. Noch jemand hier? Okay. Puh. Na gut. Auf geht's. Da nach. Da nach. Na, 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 na. Nö. Super. Das. Das ist super. Boah. Ach. Hörnach. Ja, nur 4 Life sind wir jetzt des Todes. Schnell da, schnell, 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 schnell. Eine Lev Station. Ah. Oh, nein. Ja. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Oh. Ich liebe diese Stelle im Spiel. Sie ist verdammt gut gemacht. Ach Gott, ich trinke mal kurz einen Schluck. So, da sind wir wieder. Ach. Ja, noch jemand. Ach. Tja. Langsam kennen sie uns ja aus. Tja. Tja. Ach. Ich habe bestimmt nicht. Ich habe richtig zusammen mit dem Aufholen. Nein. Sie haben es geschafft. Ja. Ja. Ich bin rein. Jetzt. Sie sind drin. Ach. Heilung. Gibt es hier irgendwas, wo wir die doofen Helios scheiden können? doch das ist diese durch dieselbe munition wie die pistole ich hab's mir schon mal gedacht aber vielleicht sollten wir noch mit der Pistole schießen auf der Empfehlung doch ein tick präziser die Pistole schießen die Pistole schießen die Pistole schießen ihre Pistole schießen die Pistole schießen die einen